Du gehst schon live das Zeug präsentieren, oder? Ja. Da bist du sicher auch etwas nervös. Ich weiss nicht, ob du vielleicht 1-2 Mal mit Yellow live auf der Bühne gestanden hast. Das ist etwas ganz anderes. Yellow war eigentlich nie wirklich live. Eben. Die Musikgemälde von Boris Planck, die sind ja eigentlich nur im Studio zu fabrizieren. Wenn man auf der Bühne ist, dann drückt man einen Knopf und dann laufen die ab. Und ich bin dann als Sänger ja auch live in das sehr starre Kostüm eingebunden. Ich kann auch nicht Bezug nehmen auf das Publikum. Ich kann nicht den Song an diesem Abend erfinden. Weil ich ja in diesem Kostüm, in diesem Korset bin, von diesen vorprogrammierten Sounds. Das hat eigentlich mit live relativ wenig zu tun. Darum will Boris Planck das richtigerweise auch machen. Aber du hast mich angesprochen auf gewisse Bühnenängste. Wenn ich jetzt auf den Tournei gehe mit meinen Songs von «Out of Chaos», da darf ich dir sagen, dass durch die Tatsache, dass ich mit der ersten Band, die ich «Out of Chaos» zwei Jahre lang immer wieder live gespielt habe, ist mir natürlich ein Teil der Angst, die ich am Anfang hatte, genommen wurde. Ich bewege mich durch den Lernprozess vom Live-Auftritt, durch heute auf der Bühne relativ wenig verängstigend. Es ist immer eine gewisse Spannung da. Vor allem, wenn du merkst, wenn du auf der Bühne bist, dass du die ersten zwei, drei Songs gesungen hast und es kommt nicht an. Das spürst du. Wenn eine Wand zwischen dir und dem Publikum ist, aus irgendwelchen Gründen springt der Funken nicht. Und du kämpfst dann darum, fängst dich an zu versteifen, insistierst, dass das Publikum sozusagen mit dir geht und mit diesen Songs geht. Vor allem hat man Angst, wenn das mal eingetreten ist, dass du spürst, dass du nicht immer Dialog bist. Die Leute sind dir fremd. Es ist eben wie eine unsichtbare Wand. Dann musst du aufpassen, dass du den Boden unter den Füssen nicht verlierst. Aber es wird wahrscheinlich nicht wirklich so passieren. Das passiert immer wieder. Das Springen von diesem Funken, das ist ja auch bei Filmen so, das ist eigentlich ein alchemistisches Wunder. Auch grosse Sänger, manchmal bleibt das aus irgendwelchen Gründen kalt. Es ist einfach die alchemistische Verbindung vom Publikum, das ist ja fast wie der Chor in der griechischen Tragödie und dem, was du machst. Du bist sozusagen die Solo-Stimme. Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Es gibt ja die berühmtesten Regisseure, die x sehr erfolgreiche, tolle Filme gemacht haben. Und plötzlich war es im Film und sagte, es war eine schöne Kamera, die gut ausgesehen. Aber you never get into the film. Du bleibst draussen vor dieser Türe. Und das geht einem auch so auf der Bühne. Ich hatte Gigs, vor allem bei Festivals, wo die Leute in einer Wartungshaltung von Heavy Duty, Rock'n'Roll kommen. Und ein gewisser Druck und ein gewisser Krawall werden, ein gewisser Punch-Wand von der Bühne. Aber das sind die Liedli, die ich singe, eigentlich nicht geeignet. Und da stehst du alleine dort oben. Liedli. Ja, Liedli. In diesem Zusammenhang sind es Liedli. Dann stehst du auf dieser Bühne und es ist irgendwie ein Publikum, das auf den nächsten Rock'n'Roll-Act wartet. Darum werde ich sicher auch nie mehr so Festivals spielen. Die Leute anzuren Architekt man gar nicht mehr so, dass es nicht mehr so Festivals ist. Und das kommt jetzt wo denn, wo das ist.